Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei BörseDaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Mittwoch, den 20. Januar. Gut, wir beginnen am heutigen Mittwoch direkt mit dem Wochenchart, mit unseren Markierungslinien im Wochenchart. Wir sind hier an der roten Markierungslinie zunächst abgeprallt, konnten hier nicht nach oben durchbrechen, nicht nachhaltig nach oben durchbrechen und wir hatten ja gesagt, sobald wir hier nicht mehr durchbrechen können und hier wieder abprallen, wäre dann die nächste Anlaufmarke im Bereich hier der hellgrünen Markierungslinie bei 13.500 Punkten. Brechen wir hier nach oben durch und können uns hier über der roten Markierungslinie im Wochenchart behaupten, dann wäre die nächste Anlaufmarke bei 14.300 Punkten. Wir sind nun nach unten abgeprallt und dürften dann hier den Bereich um 13.500 Punkte anlaufen, brechen wir auch hier nach unten durch, dann wäre der nächste Anlaufbereich hier an der Unterstützung der runden Marke von 13.000 Punkten. Gut, hier machen wir dann weiter mit dem Tagesschart im DAX, mit den Markierungslinien vom Vortag, da hatten wir den Short-Bereich zwischen 13.89 und 14.030 Punkten, hatten den Bereich aber nicht mehr ganz erreicht. Wir hatten das Tageshoch bei 13.940 Punkten erreicht und sind dann relativ schnell hier wieder nach unten abgesagt, auch unter den 10er EMA gefallen. Damit haben wir dann wieder ein neues Short-Signal generiert und dürften dann hier weiter nachgeben. Wir sind dann bei 13.815 Punkten aus dem Handel gegangen und bewegen uns vorbürstlich ebenfalls im Bereich von 13.800 Punkten. Sollte sich die Abwärtsdynamik hier also weiter verstärken, dann wäre der nächste Anlaufbereich, die nächste Anlaufmarke bei 13.672 Punkten hier am Verlaufstief und darunter dürften wir dann hier den 50er EMA bei 13.450 Punkten ungefähr anlaufen. Gut, und dann machen wir weiter mit den neuen Markierungslinien für den heutigen Mittwoch. Die befinden sich dann für den Short-Bereich zwischen 13.890 und 13.940 Punkte, rote und dunkelrote Markierungslinie und dann für den Long-Bereich bei 13.600 bis 13.650 Punkte. Der Trendindikator ist weiterhin rot, insofern gehen wir mittelfristig von weiter fallenden Kursen aus und solange wir hier unter dem 10er EMA unter der gelben Linie notieren bei 13.849 Punkten aktuell, ist dann direkt mit weiterer Schwäche zu rechnen. Gut, und damit wären wir dann erstmal wieder durch mit dem ING Markets Morning Call für den heutigen Mittwoch. Ich melde mich dann später noch mit Kommentaren unter dem YouTube-Video und dann am morgigen Donnerstag wieder mit dem ING Markets Morning Call. Viel Erfolg im Trading und bis morgen.